Herzlich Willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ich bin euer Sly und hier sind wir wieder. Wir gehen jetzt mit aufs Boot. Ja, warum darf ich nicht mit aufs Boot? Weil das Wasser auch absinkt. Okay. Es ist verrückt. Die erste Monster, sie sagte so terrible Dinge über mich. Aber sie waren wahr. Sie sagte mir, ich nur mich über mich. Ich habe es nicht gesehen, ich versuche. Ich habe es endlich gehört zu Sunny. Das ist alles, was jetzt passiert. Ich frage mich, ob ich eine Frau wiedersehen will. Es fühlt sich wie ein Leben, seit ich sie kennengelernt habe. Wer sie für sie war. Ich hoffe, dass sie ihn gefunden hat. Ich bin froh, dass sie wieder jemanden ist. Wenn ich ihn nur gefragt habe, wie er es macht. Oh, da hinten ist Licht und ich werde jetzt auch tatsächlich gerade hart abgehängt. Das ist die ertrinkende Statue, ne? Ein Klemmeron. Ja, genau. Ja, ich sag mal so, das ist schon richtig, ne? Es sind immer zwei. Oh Gott, du schon wieder. Oh Gott, du schon wieder. Oh, komm mal, Kay. Okay, okay. You used to give into temptation all the time. You know you want to. Na ja, in der heutigen Zeit leerer zu sein, ist auch nicht leicht. Das glaube ich. Kapitel 5. 1. Okay, was ist das? Oh, das ist das Fröhliche. Ich glaube, dass ich das bin. Oh, hi! Ich bin überall für dich. Aber ich habe sie gefunden. Uh, hi? Ich bin Kay. Lass mich alleine. Ich versuche, zu fokus. Ich bin überall für dich. 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 Es ist nicht immer für dich. Typisch. Ich bin überall für dich. Aber ich habe es... Sie sind überall für dich. Nur wird sie dein Problem. Ah, gut. Jetzt. Wo bin ich? Was ist das? Geht das jetzt um meine Eltern? Kann das sein, dass es jetzt um die Eltern geht? Das ist die Band, ich erzählte dir. Es ist der neue Album. Entschuldigung, ich habe ein bisschen eine Schmerz. Ich weiß nicht, ist es der Best? Er ist der Best. Ich könnte ihn besuchen. Er ist so romantisch. Eww Kay, das ist so gross. Was Sonny, willst du auch besuchen? Eww, nein. Ich tippe auch, dass das die Eltern sind. Das wird, glaube ich, auch wieder eine unschöne Geschichte. Okay, es zieht weiter. Ist das die Mutter, die in einer Art Badewanne sitzt? Hier ist Papa. Ich dachte, er kam mit uns. Nein. Es ist herausragend, dass er nicht wirklich lebt. Das ganze trip war seine Idee. Ich weiß, ich weiß. Ich bin sehr froh. Bei ein paar Dinge, die Sie sagen. Nein, das wird ja nicht mehr los. Oh, ich bin hier abgesprungen. Das könnte jetzt zu knapp werden. Ich glaube, dass die Mutter in einer Art Badewanne war oder so. Zumindest fühlt es sich das so an. Was für das denn? Achso. Blöde Frage, was das war. Könntest du bitte weggehen? Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Oh, schnell. Also die Erzählart der Geschichte ist auf jeden Fall besonders interessant. Mama, wo ist Papa? Er sagte, er würde mir helfen, mit meinem Karate zu helfen. Warum ist er wieder arbeiten? Ich weiß nicht. Warum hält er seine Erinnerungen nicht? Warum hält er nie mit uns nichts mehr? Ich weiß nicht! Wo ist er? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Jetzt muss ich den Weg wieder zurück. Jetzt muss ich den Weg wieder zurück. Ich kann doch nicht schwimmen da drin jetzt. Und ich glaube auch nicht, dass ich auf diesen Dingern jetzt soll. Ich glaube nicht. Nö. Nein! Nein! Tja, zumindest bin ich ja ein schattenvollwertiger Snack. Tja, da müssen wir runter. Wissen Sie das Monster? Sie ist nicht. Irgendwann hat er einen Tentakel, aber... Ach da. Weit weg, hoffe ich. Alles gut. Ich sehe halt auch keinen anderen Weg, sonst. Was soll ich denn da rüber? Hä? Ich verstehe nicht. Okay. Gut, der mich ab? Okay. Ich fass das mal als ein Nein auf. Aber wie komm ich denn da hin? Hä? Hat einer von euch eine Idee? Ich weiß tatsächlich gar nicht weiter. Ich weiß, dass ich da hinten hin muss, aber ich sehe nicht wie es hier weitergeht. Kommt das Monster hier über die Häuser? Ja? 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 Um... das ist ein gigantischer zentake wäre eine brücke habe ich versucht aber sagen wir mal welchen meine vermutung war ja hier irgendwie aber ich mein weil hier war stehen geblieben dass ich irgendwie auf den hier springe aber ja dann springst du auf den und dann den habe ich gar nicht erst gesehen weil alles bewegt sich bis auf der ja sorry ich habe den tentakel vor lauter nicht gesehen ich hatte nicht so viel erfahrung mit den ganzen japanen dinge hier geht es noch runter das wasser gerade gesunken ich glaube das ist nicht richtig Okay, was ist denn hier? WP Ja, das frage ich mir auch Aber wie komme ich denn da rüber? Noch gar nicht so weit springen Ah doch, kann ich Oh, der geht hoch Das geht hoch, ja Interessantes Level-Design Die fehlen doch für was zugute Aber was Oh, ich habe ein bisschen sauer, dass ich mir die Füße ansenke Aber okay, das darf ich hinkauen Nee, nee, nee Ich glaube, ich sehe das schon Weil jetzt ansonsten werde ich, glaube ich, mich runtergeschubst worden Ich habe die Flasche da sogar gesehen Hier Ja, das ist auch eine Flasche Aber, naja, Flaschen sammle ich ja nicht Ja, nein, nein, ich gehe hier Ich gehe hier Ah, ich habe Ganz zart Arschloch Spiel Ah, da denkst du, das ist der richtige Weg Und dann so etwas Ja, ja, ja Okay, es hätte mich vielleicht auch dahin getrieben Ich weiß es nicht Was ich den Tentakel vorhin nicht gesehen habe Das ärgert mich immer noch am meisten Ernsthaft? Seriously? Ja Irgendwie muss man ja Anfangen kommen, ne? Oi, 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 oi Pass mal auf, ich bleibe hier einfach stehen Ah, selbstverständlich Krass, dass nach dem Bruder jetzt noch so mit der Familie Naja, manchmal muss man das nach unten mal wieder nach oben zu kommen Wo ist das im Leben, Mann? Man kann nicht runterrutschen Ja, das geht wirklich sehr tief Die Frage stellen uns ja gerade alle Hallo Flaschensammler Hast du zufällig Höhenangst? Als Kind lebt dich da runter Aber irgendwann ist dich verschwunden Ich bin gespannt Wohin diese Familienteil Uns jetzt bringen wird Aber das sehen wir in der nächsten Folge Liebe Freunde Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen Und wenn ihr gerne mal reinschauen wollt Im Livestream Schaut unten in der Beschreibung Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen Macht's gut Zur nächsten Folge Euer Sly Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.